Ich schwöre, da ist ein Tier in... ein großes... Ist das eine Kakerlake? Bitte nicht! Bitte nicht! Ich glaub das ist eine Kakerlake! Bitte nicht! Ich kann das nicht mehr! Ich muss hier raus! Diese Kakerlake fliegt hier rum! Okay. Ich glaub man... Vielleicht sollte sich an der Rezeption einfach mal fragen, ob sie irgendwie so zwei, drei Vogelspinnen bekommt. Ich glaub die essen Kakerlaken.